hallo zusammen so da sind wieder gehen wir einmal die etik fest ab sie war ja hier bei den lederen das war bei der leder händlerin sehr wo ist denn doch jetzt schön danke sehr 43 so jetzt können wir glaube ich auch hier mit dem wo war denn hier flugpunkt da oben man bleibe mal kurz überall dran hängen fliegt der mich einmal der war es ja nicht ich glaube aus dem nächsten lager war das wohin kann ich fliegen zum tor möchte ich gerne durch an was ich hier in der tasche aber mein gott drei so viel material und so viel müll gucken einig was habe ich noch das mit den hippos na so solche einmal die hier an quatschen glaube ich funktioniert nur das sinas sinas wo wer ist denn tessina ah da ich sollte mit tessina hallo noch mal abbrechen abbrechen ich glaube die quest muss ja noch mal abbrechen weil irgendwie ist glaube ich der hippo weg so wo ist denn deiner viel glück ja wo ist der welcher ist denn deiner der hier ach da nie nie oder oder warte mal ich brauche mehr hippo die das reiten der hippo kufen erlernen müssen nehmt die pfeife und ruft damit die von heilen südlich vom turm von es war zusammen alles klar wo kriege ich jetzt ach so ich dachte ich kriege ich hier noch mal so ein hippo selber zum fliegen dem scheint wohl nicht so mit ok einmal amulett abgeben hier ist die kugel die näher ist jawohl ab mit euch auch gott das muss ich schon wieder hin und das hier ist hier oben ne das hier die da das hier hallo bitteschön um einen ogermagier der gordok gefangen zu nehmen ok versuchen wir das viel glück ich habe jetzt aber immer noch nicht spitz gekriegt wie ich an diesen so die hypos sind alle da eigentlich soll ich ja fliegen aber glaube ich na jo dann reiten wir halt mein gott so die hypos also ich werde die wahrscheinlich markieren müssen dann die pfeife drücken und fertig da ist ein bär da sitzt er kann ich dich auch doch kann ich dich kann ich auch für mount ausrufen wo kommt der der jetzt her will daran achso der ist beleidigt weil ich eben sein futter geklaut habe so da ist der nächste und da ist wieder einer na komm ey es sind so viele viecher sei doch nicht gleich knatschig man wie es ja nicht war ich habe ich glaube ich glaube ich habe ich glaube ich auch noch nicht schon wieder er wenn ich will wenn ich will hören wer nicht will hören meine güte ich glaube ich gehe gleich schlafen es glaube ich besser für mich so boop 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 okay brauchen wir noch drei hallo hippo na wo würdest du hin so wir haben dann noch hier ein komm lass mich den einen noch fangen bevor er mir in der nächste orc über die füße rennt so können wir da nochmal wieder abgeben na genau und auf die andere seite müssen wir dann die oga platt machen kriegen wir hin aber ich würde sagen wir bringen jetzt die quest erst mal hin also die musik ist gerade ein bisschen eintönig es gehört nicht unbedingt zu meinem lieblingsliedern was gerade läuft also am liebsten mag ich ja von savannahs die soundfugur das habe ich auch schon öfters gesagt aber es ist nun mal so die mag ich echt sehr gerne hören das klagelied von ihrem tot so trin truf um sechs wandernde waldjäger zu versammeln du würdest mich doch verarschen oder jetzt schickt die mich schon wieder hier runter na gut einmal ihmchen laufen wir einmal hier rum und sollten wir sie auch haben hier waren gerade so viele bäumchen mal ganz dezent und nicht auffällig schon wieder wir brauchen noch drei bäume und wenn dieser blöde ork noch ein paar mal kommt was mach ich denn hier also manchmal ne denke ich mir auch ja guten morgen schon wieder gepennt und das war jetzt gerade so ein moment wo ich gepennt habe weil eigentlich brauche ich die ja nicht töten ich soll die ja versammeln und schon wieder er so ich habe jetzt aber keinen bock auf dich ich reite jetzt einfach weiter auf ins lager fies oder naja egal so mal einen kleinen bogen um das bärchen rum also wenn ich jedes kraut mitgenommen hätte bis jetzt was mir über den weg gewandert ist dann wäre ich wahrscheinlich auch schon so habe ich endlich die ganzen dinger fertig jawohl ich danke wir wissen du okay gut dann würde ich sagen ich danke euch fürs zusehen wenn man sich nicht ins zelt oder so stellen nee nee mach ich jetzt aber und wir sehen uns im nächsten teil wieder bye